Jo Leute und damit Willkommen zurück zu FLAB4Dead2 mit Flash! Jaaaa! Und mit Centos! Jaaaa! So, jetzt haben wir, also beim letzten Mal hatten wir Anfang der Aufnahmesession gemacht, dass wir zuverwählen. Und jetzt haben wir das dann so festgelegt, dass wir dann auch die Charakter weiter nutzen. Ne Flash? Ja richtig! Finde ich auch gar nicht schlecht, dass das jetzt so bleibt. Die Heilmethode überzeugte Kugel für Kugel. Was? Und das steht bei mir noch nicht. Bei mir lädt das noch. Yeahaaa! Steht doch oben in der Ecke. Nö, bei mir noch nicht. Bei mir lädt das noch. Ah, jetzt! Jetzt, jetzt hat er... Schlecht bist du, Alter. Fünf Kapitel gibts, ne? Also fünf Level wieder, ne? Ja. Ne, ein Level, fünf Kapitel. So, haben wir's. Ein Kapitel, fünf Level. Mercy Hospital? Ja. Hoffentlich gibts das nicht so viel Schrott wie beim letzten Mal mit der scheiß Brücke, ey. Nur Mercy. Ja, wo du dich geopfert hast. Jaaaa! Eeeh! 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 Immer diese Frauen, ne? Müssen sich opfern. Hätte sich nicht der alte Knacker opfern können? Den hätte er keinen... Doch. Ne, den hätte er keiner gespielt. Ja, den hat keiner gespielt, deswegen ja. Boah, geil! Eeeh! 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 Wer hat denn jetzt hier kein Medipack genommen? Jeder! Eeeh! Warum sind hier fünf? Weiß er nicht. Okay. Ich weiß das nicht. So. Okay. Ja, ich schubf mich mal weg. Geh da einfach mal weg. Oh, Francis! Haha, Francis! Haha, Francis! Auf die Fresse! Jaaa! Ich weiß, dass man sich tucken kann. Jaaa! Hier was? Hey! Oh! Hallo! Junge Dame! Mal eine Toffcocktail! Obwohl im Englischen fand ich das jetzt etwas bisschen besser. Ja? Fand ich so? Joa, doch im Englisch. Warte, es ging auch im Keller weiter. Ja, ich guck mal erstmal hier. Ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz. Oder? Warte mal, ich gucke in meinen Keller gerade. Guck, guck. Oh! Adrenalin. Wow! Was denn? Das sind so paar Zombies. Auch nicht. Naja. Wir müssen sowieso unten lang. Komm, der Spucker. Ja. Oh, ich glaube nicht. Ach nee, das ist ja nicht der erste Teil. Ich würde sagen, ich glaube ich kenne das so. Junge. So. Weißt du, was ihr habt? Ein Katana. Ja, hast du wieder? Cool. Mädchen. Ja, Mädchen. Ja, Mädchen. Hast du recht. Kannst du ruhig meine zweite Pistole nehmen oder hast du die nicht genommen? Wo hast du die? Die lag hier eigentlich hier vorne. Oder Louis hat die mitgenommen. Ich schaue mal eben noch. Ist ja noch was? Nö. Cha-Cha! Ja, cool. Cha-Cha! Cool. Ist das tot? Nein. Jetzt ist er tot. Was ist das? Weiß ich nicht. Boah, der kam aber jetzt unerwartet. Ja, sonst machst du auch wenn ich das mache. Hier geht es noch weiter runter. Ah, ja. Geh man tot. Ja. Dann ist er runter. Ja, ich springte immer auf alles Schillen. Ich wollte was Adrenalin haben. Ja ne, ich mach die anderen. Ach, ich mach die anderen Affen. Adrenalin habe ich auch. Meiner. Hehehe. Kein Bock mit einer Waffe durch zu rennen. Nee. Schnitzelkönig. Boah, Jockey. Jockey. Jockey, Jockey, Daniel. ja sind doch da genug leute ich höre eine witsch okay okay die kommen ja ich sag jetzt erwarte mal ich stand hier davon ich habe hier nur die zombies von ihr abgeknallt ja dass die warte mal und meistens kommen die dann auch noch eine franz ist du bist doch du bist frechheit franz ist hier ja ich glaube die ist ja wenn ihr vorne nur ganz ganz nicht aus der scheiß drauf hier ist jedoch hält man bei dem kopfballern erwebt sich denn auch so louis heftig auf ja dann heimisch wenn ich das mit den hat dann hätte auch die zwei ja dann lass es doch ja ich war ja ja ich habe schon geguckt ein schad meiner ist auch komisch zu dem christ ich bin gut wie gleich um ecke schon wie besser als du hier ist hole ja zwei säure 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 wo hinter uns ja schon tot und war da jetzt ist er auf hier drin ist eigentlich mit 59 geht es noch glaubt dass die medikation sind was hast du gemacht ich war es nicht ich schwöre du hast eine rohrbombe oder nicht ich habe keine munition jetzt habe ich die geworfen ja toll bringt jetzt auch nicht viel naja da stand nun auto mit alarmanlage ich habe die von hier drin wie er macht das man ist ja noch mir die pecker dort ok wie sich bild gleich unseren warte doch mal bevor du weiter ins na ja ich warte ja toll ja doch da wo ich dachte ich werde eben geheilt das ist gut und nur noch sieben schuss ne warte ich wollte nein nicht darunter nicht darunter nicht darunter müssen aber ja ich will die hinter noch mal gucken da bin ich da gerade hingegangen du hast gesagt ich soll nicht vorlaufen naja du bist schon so vogel 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 ja aber im kreisloch ne da ist noch was das war es noch hier ist ein molo keine munition naja ich dachte hier vielleicht irgendwas besonderes und kommen da kommt nicht wieder alle anscheinend ja zack können hier lang da müssen dann wieder katana schlagen ja toll ein smoker mit katana erledigt alter ich kann nix anders machen ich bräuchte mal ne waffe oder so wieder ja hier unten ist schon polizeistock ne das katana fliege obwohl ich bin der polizist mit dem knüppel ja knüppel dich mach dir mal wer zu ja mach dir mal wer zu nein das ist schon Ende das ist schon Ende ja ja Vielen Dank.